ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben noch ein bisschen anderes zu verteidigen müssen, deswegen muss ich hier überall so ein bisschen was daran aufbauen. So, jetzt tun wir erstmal noch ein bisschen Puff sammeln hier. Da ist wieder ordentlich gepufft worden. Ein bisschen Hummy? Oh, 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 wir sind Hummy. Gut. Hier hat mir das nicht gebracht. Dann muss ich gleich mal hier die Dinger machen, wenn viel da ist. So, dann möchte ich euch schnell Behandel kommen und da machen wir noch ein bisschen was Puff gemacht. Puff gemacht! Weg da Vogel! Meine! Weg da! Go for the Ace! Auch da ist Puff! Ok! Na Go Go, schneller hier. Wann ein bisschen Kacke! Gebt mir die Kacke! Da ist Kacke. B breach! aufheben. Klasse. Ich kann mir aber nichts schöneres vorstellen, als in einem wunderschönen Abendlicht, äh, ne, in einem wunderschönen Morgenlämmerung Kaka aufzuheben. Das ist einfach so eine Lebensgeschäftigung für mir. Das gehört einfach zu mir wie, äh, keine Ahnung. Super, da haben wir jetzt, sieht wie hier, oh nein. Gleich kommen wieder, ähm, Wölfe. Flup, flup, flup. Wohl, wir sind natürlich nicht richtig gewachsen. Ah, ja, wir haben jetzt so viel Grün, äh, Zeug von, äh, dieses Grass. Was? Ich brauche euch keine Gedanken mehr machen, dass mir irgendwas fehlt. Ja, die kommt doch gleich, weiß es doch. Was haben wir denn hier? Wir können eine Falle bauen. Ich denke, man ist. Oh, so war das nicht geplant. So war das echt nicht geplant. Ah, da endlich. So. Gut, okay. Mitnehmen alles. Und Essen machen. So. Kochen wir das mal, egal ob es Monsterfleisch ist oder nicht, ich muss es essen. Ähm. Und dann können wir die gucken. Die können wir sogar kochen, siehst du mal. Jetzt bringt die sogar mehr. Noch ein bisschen was bringt es schon. Kann das kochen? Nee. Kann ja so essen. Na gut. Ähm. Dann machen wir hier noch ein bisschen addfull. Okay. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was halt am. Schräg schräg die Nacht haben. Wenn ich die, wieso da ich die Nacht hab. Was war aber ich für Mist? Egal. Okay, was kann man denn bauen? Das brauche ich jetzt alles nicht, das brauche ich auch nicht, ich brauche auf jeden Fall, ich kann mir mal 80, deswegen ist es alles weg, weil ich die Heulwand gebaut habe, alles klar. Hier machen wir noch ein bisschen voller, dann machen wir noch das Zombiefleisch jetzt hier, oder Monsterfleisch, wie auch immer. Das gibt jetzt ein bisschen Leben dazu, gleich mal auch drauf, früher das erste, und wir müssen auf jeden Fall später, haben wir noch eine Axt, ja 10% hat die noch, wow. Mach ich mal auf jeden Fall noch eine. Ich würde jetzt die beiden machen, das ist mir jetzt relativ egal gerade, dann machen wir noch eines davon. So, weg. So. So. Okay, jetzt wollen wir es mal ganz schön auf die Suche nach Bäumen machen, wir müssen auf jeden Fall das Holz jetzt mal nach Hause bringen, wir anfangen können mit Arbeiten. Bestimmt, ist der fit? Na, komm mit. So, jetzt wollen wir hier das Maßball stehen und wir sagen mal schon den ersten, siehst du. Der sieht doch super aus. Stimmt, Kampf über alle. Ähm, Moment, wo ist die andere? Oh Gott, also. So, dann der hier noch. So, die sind irgendwie an wie brennen. Hm, die sind Schweine. Lol, die sind auch Schweine. Hm, oh, das, ähm. Das sind diese Arten und Schweine. Okay. Schon verstanden. Ich mach'n Absolut, ganz ruhig. Ist eh noch was. Alter, ist das viel. Alter, ist das viel. Geil, Alter, so nur Bäume. Ich weiß nicht genau, wo ich die finden soll. Also hier schon mal nicht. Bäume. Auf die Map kurz gucken. Jetzt haben wir so, jetzt haben wir so ein Ding, wo kein einzigster Baum mehr zwischendrin ist. Jetzt ist einfach nur noch alles das hier. Wir haben es ewig gesucht. Achso. Wir haben es ewig gesucht, diese Fläche hier und jetzt ist nur noch alles das. Warum nicht? Warum nicht? Das war's anscheinend. Das war's anscheinend. Was? Wer gibt's denn nicht. Ich hab' schon meine Bäume woan pflanzen zu müssen. Na gut Aber kann er nicht mal das haben Das ist ja okay so Passt schon So Ganz schnell alles mitnehmen Bei dem Puffzeug haben wir jetzt genug gesammelt Das war jetzt ganz gut Ich zeig dir einen Namen was mit So Wenn es da liegt, warum soll es sich mitnehmen Das hält sich ja ewig Wir können es ja schon mal für den Winter sammeln Früher werden, wenn die Bären jetzt mal langsam aufkommen Würde ich mich die Bären für den Winter sammeln Ich würde sagen, brauche ich jetzt noch nicht anfangen Aber warum Moment Hier ist Puff Einfach mal eine Falle entstellen Bei der Masse an Hasen wird am Stuttgart da reinrennen So Wir haben zwei Bäume-Lager Das ist sehr gut Okay Jetzt stellen wir uns mal her Und schauen was wir machen können Wir können eine Basic Farm bauen Das ist sehr gut Aber momentan wollte ich erst mal Moment Ich wollte Das zweite Ding hier bauen Ich wollte bauen Das da Dann hätten wir noch Ein Stein Ein Gold Und ein Board Das war er Okay Mir fehlt ein Stein Zwei Breitler finden wir noch Okay Oh mein Gott Mein Leben Oh mein Gott Mein Leben Oh mein Gott Mein Leben Was geht denn jetzt ab? Okay Das ist jetzt kritisch Was machst du jetzt so? Kochen Ich habe mir kurz ein bisschen Leben wiedergegeben Hat der hier noch was? Mir auch nicht Auch den kann ich auch mal schnell kochen Damit komme ich niemals über die Nacht Geschweige denn in den nächsten Tag hinein Oh 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 Uh da ist noch einer Mitnimm Nimm mit Ich gehe schnell runter hier Weil es wird gleich Nacht So nochmal kochen Tja Alles bleibt sich übrig Wir müssen die Nacht nicht durchhalten Wie wir das machen? Keine Ahnung Uns fehlt Holz Okay Radio Meter Struktur Wir könnten diese entsicken Und einen Woodwall bauen Nichts besonderes Und das da Tja Äh Fünf haben wir noch Das wird jetzt echt eng Vier Drei Oh oh Zur Not muss ich leider Äh Zwei Eins Okay Gut Wir müssen die essen 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 Wir müssen die essen